Hallo und herzlich willkommen zu Metro Last Light Redux. Genau wie Metro 2032 wurde auch Metro Last Light Remastered und hat jetzt auch neue Engine bekommen, eine neue Engine und neue Grafik bzw. auch neue Spielelemente. Und wir werden uns das hier genauso ansehen wie Metro 2033. Wenn ihr ein Let's Play von diesem Spiel sehen möchtet, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei bzw. in den Kommentaren. Dort findet ihr meinen Zweitkanal, dort wird das Ganze dann auch Let's Played. Das hier ist nur ein kurzes Gameplay, um ins Spiel so ein bisschen reinzuschnubbeln. So, ich habe davor schon mal angefangen es zu spielen und habe leider bei der Aufnahme einen kleinen Fehl gebaut. Wir werden auch hier auf Überlebender gehen und auf Hardcore und liegen jetzt hier mal los. Wir werden jetzt hier uns den Anfang kurz anschauen. Das ist alles Lies. Tja, die Wahrheit ist immer schlimmer. Hahaha Haha Uh Oh Uh-oh. Tja, da haben wir mal unsere eigene gekillt. Ich glaube, das ist nicht schön. Artyom, wake up, Artyom. Es ist mir, Kahn. Nightmares, eh? No wonder, nach allem, dass du dich durchfühst. Listen, ich habe unglaubliche Nachrichten. Ein paar Tage vorhin, ich bin bei den Ruinen der Dark One's Hive. Und ich habe einen von ihnen gesehen, still alive. Ich habe sofort versucht, dich zu finden, als du denjenigen, die sie versucht, zu kontaktieren. Bevor du die Missile-Strike gegen sie veröffentlicht hast. Kahn, wie du hier bist? Geh raus, jetzt! Ja, Ullmann, ein Moment. Wenn ein Dark One hat, ist es wichtig, dass du mit ihm sprachst, Artyom sprachst. Ich habe das, als einer der Orden, jetzt, dass du zu Miller reportest. Aber wir müssen ihn versuchten, um diese Missile zu ermöglichen. Kahn, ich habe gesagt, geh raus! Das ist ein Klassiker-Strike, du solltest nicht hier sein. Ich werde dich nach Colonel Miller. Fahne mich, Artyom. Geh bereit, Artyom. Ich werde auf den Exit warten. Geh, du Windbag. Ich wusste, einen Smoker-Strike. So, dann schauen wir uns das mal ein bisschen an, ja? Ich kenne den Anfang jetzt eh schon. Ich habe es früher, wo das Metro selber noch kein Redox war, mir angeschaut. Habe es jetzt gleich davor auch nochmal angeschaut. Aber die Aufnahme war ein Fail, also muss ich jetzt nochmal durch? Ja, shit happens. Weil die labern ja den ganzen Tag, ey. Ist ja der Schlimme. Die labern und labern und labern. Kann ich nicht einfach weitergehen? Jetzt MedKids. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advanced salary for this month. Remember, your pay is in military-grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage. But saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment for merchants anywhere in the Metro, seems like a smarter move. Alright, now to the good stuff, eh? Let's look for some guns. Salz, lass mich doch mal die Waffen auswählen. Hier labern ich nicht so viel. Der Farbe ist mir, der Farbe ist ja über mich ergehen lassen. Aber jetzt, wo ich mir denke, machen wir weiter. Was ist das? Okay, kann ich mit dem Schalldämpfer ausgestattet werden? Dann nehme ich lieber die hier. So, und gleich das hier drauf. Und dann auch noch einen Schalldämpfer drauf. Denn wir sind ja auf Ranger unterwegs, ne? Und da ist das natürlich sehr wichtig, dass wir hier auch ein bisschen auf Stealth gehen, natürlich. So, das machen wir hier ohne diesen Ding, aber machen wir in einen Schalldämpfer drauf. Hier, Schalli, anbringen. Passt. So, und dann nehmen wir natürlich noch ein Maschinengebärchen. APK oder die Palasch? Nehmen wir die APK. APK ist besser, würde ich sagen. So, und auch hier so ein Ding drauf. Ja, schön. Wunderbar. Okay, man muss auch die Waffen testen. Kann ich einfach weiter? Gut, dann schießen wir halt ein bisschen. So, dann laufen wir hier mal ein bisschen schneller durch. Wir wollen ja hier Gameplay sehen und ich habe gerade nur hier die Story. Ich würde euch sowieso raten, nicht, dass ihr hier so seht, falls ihr die Story von W221 nicht kennt. Weil ich glaube, das hat so ein paar kleine Spoiler. Aber nicht wirklich jetzt irgendwas weltbewegendes. Shit. Was zur Hölle hat er gemacht? Hier, öffnen sie! Okay, los geht's. Was, was sie in der Nachwuchs brauchen, ist in der Nachwuchs. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me of this bunker. Cut that shit out. The things in D6 are like what a conqueror took with him beyond the grave. Cold steel and wild steeds and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly. Killed by demons or ghosts or their own greed. Khan, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was opened and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit. So, what's inside? Chemical weapons. Maybe some other shit. That's, that's all I heard. Ugh, goddammit. The colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red-hot poker right into my soul. If I still have one. Alright, let's go. Ah, that's a super basis. Kerman, take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. Alright, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different light. The connection with the Dark Ones. Yes, people died at Exhibition. Your home station. Hunter, the best of the order, is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. Alright, Arty, and you, Garth, you have something to report? Yes, Gordon. Let's keep it short, then. I located the surviving Dark One at the Gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. Alright. Artyom, go with Khan to the Gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper away. My best. Anna! Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness. For getting rid of the Night Bears. Forget about Khan. Looks like he got close. Too close to the creature. Lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission. And get back here quickly. A war is coming. And I'll need every Ranger at his post. Now, out of your way. So? What are you waiting for? Come along, Rabbit. Yeah, yeah. Artyom, if it's true, the Dark One's going to save someone's liquid. And don't let him be easy for the headshot. I would not expect you to leave people to sleep in the middle of the way that we have to verify you, Mark. And we're worried. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and walk away. and burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Please step away from the edge of the Dark One. Grey's coming in. All right. Hop in like a good little rabbit. Well, we've worn this place out. Let's move. Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find the Dark One there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Also, wenn man nicht wüsste, um was es hier geht, würde man meinen, die sind voll die Rassisten. Khan hat dort einen Schwarzen gefunden und man muss ihn jetzt erledigen. Man muss ihn jetzt töten, einen Schwarzen. Warum sagt man nicht auf Deutsch einen dunklen? Gut, kommt das gleiche raus. Ja, sehr glücklich. We've reached the station. This is the secret Metro 2 line. We haven't explored these dungeons. Can't spare the time I've went past. So don't wander off. I'll try to put some juice on the system and get the lights on. Use your flashlight in the meantime. Right. You ready? Let's move. Okay. Okay. Yeah, we'll need it. Didn't you on my phone take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Neither will have luck with this mission too. Man kann immerhin die Ratten töten, das ist gut. Ja, ja, ich bin super, ich bin Wahnsinn, ich bin awesome, ich bin der Geist auf dem ganzen Planeten. du und den B Selects for the Schöne Augen hat sie einen schönen Mund, die kann bestimmt gut blasen. Da habe ich dann trotzdem geklickt. Ja. Ich kann auch die Hose runterlassen, dann siehst du, dass ich ein ordentlicher Mann bin. Na? Na ja, das sagen sie immer. Du bist weit unter mir. Du wirst mich nie kriegen und am nächsten Tag machen sie schon die Beine breit. Ist immer so bei Frauen. Die machen einen auch schwer zu bekommen. Dabei machen die schon die Beine breit, bevor du überhaupt danach gedacht hast, deinen Schwanz auszupacken. So, Lolle. Und genau hier machen wir den ersten kleinen Cut. Wir sind jetzt an der Oberfläche. Das Spiel geht jetzt erst richtig los. Das heißt, für euch hört es hier auf. Wenn ihr ein Let's Play davon sehen möchtet, dann schaut vorbei auf meinem Zweitkanal. Dann findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr drauf geht oder auch in der Videobeschreibung oder auch in den Kommentaren. Ich werde das überall verlinken, sodass ihr es ganz easy habt, das auch zu finden. Dort werde ich dann erst Metro 2033 Let's Playen und dann im Anschluss direkt Metro Last Light. Und keine Sorge, ihr müsst dann nicht irgendwie monatelang drauf warten oder so. Ich werde, wenn ich Metro 2033 Let's Playen immer einen Stundenparts machen. Wenn ich zocke, dann weiß ich, okay, ich zocke jetzt eine Stunde und dann nehme ich die Stunde auf und lade auch diese ganze Stunde dann hoch. Bei mir gibt es keine Let's Plays, die 15 Minuten lang gehen. Also eine ganze Stunde und dann werden es dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Parts. In und wieder kann es sein, dass es vielleicht 30 Minuten werden, weil ich dann halt vielleicht gestört werde, was machen muss oder nicht so viel Zeit habe. Also immer 30 Minuten bis eine Stunde werden die Parts gehen. Metro 2033 und auch Metro Last Light, beide in Redox, gibt es auf meinem Zweitkanal. Wenn ihr da Bock habt, schaut gerne vorbei. Und sonst sehen wir uns in einem anderen Video. Haut rein, Leute. Ciao.